Deine Suche nach dem perfekten Auto-DVD-Player endet hier. Finde heraus, welches Modell dein Leben verbessern wird. Wir haben die drei hochwertigsten Geräte in jeder Preisklasse gefunden und gemeinsam mit dir finden wir das passende Produkt für deine Bedürfnisse. Wenn du weitere Infos brauchst, check einfach unsere Videobeschreibung. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um den perfekten Überblick über das Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Naviscauto DVD-Player-Monitor. Stell dir vor, du sitzt mit deiner Familie auf einer langen Autofahrt. Die Kinder sind unruhig, der Verkehr zähflüssig. Da kommt der Naviscauto DVD-Player-Monitor ins Spiel. Mit seinem großzügigen Display, das deine Inhalte in brillanten Farben zum Leben erweckt, wird jede Reise zu einem Vergnügen. Die lebhaften Bilder und klaren Details machen Filme und Serien zu einem echten Highlight. Und das Beste? Der Player kann sowohl im Auto als auch zu Hause genutzt werden. Ein Autoladegerät ist im Lieferumfang enthalten, sodass du immer und überall beste Unterhaltung genießen kannst. Ein besonderes Feature dieses DVD-Players ist der HDMI-Eingang. Du kannst ganz einfach dein Smartphone, deine Playstation, Xbox, Switch, Firestick, Raspberry Pi oder deinen Computer anschließen und bis zu HD-Videos oder Spiele auf dem Monitor anzeigen. Das macht den Naviscauto DVD-Player-Monitor zu einem vielseitigen Begleiter für alle Gelegenheiten, ob du unterwegs bist oder eine kurze Unterhaltungspause zu Hause einlegst. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Monitor auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Arafuna Dual Auto DVD-Player. Dieser DVD-Player ist mit zwei Bildschirmen ausgestattet, die jeweils 10,5 Zoll groß sind und dir klare, hochauflösende Bilder liefern. Du hast die Möglichkeit, auf beiden Bildschirmen denselben Film zu schauen oder verschiedene Filme gleichzeitig abzuspielen. Ideal, um unterschiedliche Geschmäcker und Altersgruppen zu bedienen. Der Arafuna DVD-Player verfügt über eine hochwertige, wiederaufladbare Lithium-Batterie mit einer Kapazität von 5000 mAh, die bis zu 5 Stunden ununterbrochenen Betrieb ermöglicht. Bei Verwendung beider Bildschirme kannst du dich auf 2-3 Stunden durchgehendes Entertainment verlassen. Darüber hinaus gibt es drei Netzteile. Ein Autoladegerät, ein Netzteil für die Steckdose und die eingebaute Batterie, die dafür sorgen, dass du nie ohne Unterhaltung bist, egal wie lang die Reise dauert. Eines der größten Highlights ist die breite Kompatibilität des Geräts. Es spielt nahezu alle gängigen Formate ab. DVDs, CDs, Video-CDs und sogar Dateien von USB-Sticks oder TF-Karten bis zu 32 GB. Dank der Last-Memory-Funktion setzt der Film immer genau dort fort, wo er unterbrochen wurde. Perfekt für spontane Pausen. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den Lenko DVD-Player mit Bildschirm vorstellen. Der Lenko ist nicht nur ein tragbarer DVD-Player, es ist ein komplettes Set bestehend aus zwei vollwertigen DVD-Playern. Das bedeutet, du kannst einen Film auf beiden Bildschirmen gleichzeitig sehen oder, wenn du und deine Begleitung unterschiedliche Vorlieben haben, könnt ihr auch zwei verschiedene Filme gleichzeitig schauen. Die Verbindung erfolgt dabei unkompliziert über das mitgelieferte AV-Kabel. Ein weiteres Highlight ist der integrierte Lithium-Ionen-Akku, der eine Laufzeit von mindestens vier Stunden bietet. Damit kannst du locker zwei Filme hintereinander genießen, ohne eine Steckdose suchen zu müssen. Die Stromversorgung erfolgt standardmäßig über den Netzadapter oder den 12-Volt-Kfz-Adapter, die beide in doppelter Ausführung im Lieferumfang enthalten sind. Perfekt für lange Autofahrten oder Reisen. Die Bedienung des Lenko könnte nicht einfacher sein. Du kannst die Geräte entweder direkt am Gerät selbst oder bequem über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Besonders praktisch, die Kopfstützenhalterungen, die im Lieferumfang enthalten sind, erleichtern die Nutzung im Fahrzeug erheblich. Einfach anbringen und los geht's! Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Auto, DVD-Player.